Fit for Future macht Kinder fit für die Zukunft. Im Modul Brain Fitness nutzen die Kinder die Brain Fitness Box. Durch das Gehirntraining verbessern sie die geistige Leistungsfähigkeit. So lernen die Kinder Stress besser zu bewältigen, sich richtig zu entspannen und zu konzentrieren. Fit for Future, eine Initiative der Klebenstiftung, powered by DRK Gesundheit.